Jurassic Park 3 ist und bleibt so ein bisschen, naja, das schwarze Schaf in der gesamten Jurassic-Reihe und man kann sagen, ja, ich mag Jurassic Park 3 mehr als die gesamte Jurassic World Trilogie, so wie ich das mache. Man kann auch natürlich sagen, ey, Jurassic Park 3 ist der schlechteste Film der gesamten Reihe, egal wie man die Nummer dreht und wendet. Bei einem können wir uns nur einig sein und das ist wirklich ein Fakt, Jurassic Park 3 ist der einzige Film der gesamten Jurassic-Reihe, der wirklich überhaupt nicht so erschienen ist, wie man das ursprünglich geplant hat. Also es gibt keinen anderen Jurassic-Film, der so viele Probleme hatte und der so unnah einer Vision erschienen ist wie Jurassic Park 3 und deswegen gibt es immer wieder so ein paar Fragen, die auftauchen, gerade so ein paar Logiklücken. Ich werde jetzt hier auf mehrfache Anfragen, was den Spinosaurus angeht, noch einmal auf die essentiellsten Fragen zu dem Tier eingehen, zu denen es sogar bestimmte Aussagen im Compendium gegeben hat, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und neue, naja, neue Interviews, die ich jetzt im Internet gefunden habe, die sind zwar auch schon ein bisschen älter, also neu für mich, weil ich sie erst jetzt gefunden habe, die so ein paar Sachen erklären, wie, warum kann der Spinosaurus hier durch das gesamte, durch das Gehege einfach durchpreschen und dann später nicht mehr. Da haben wir uns auch schon mal eine Antwort zusammengesponnen, jetzt haben wir hier eine offizielle Antwort, warum das so ist, warum ist der Spinosaurus so aggressiv. Wir werden jetzt hier in diesem Video also quasi noch einmal ein Reboot von dem machen, was wir in einzelnen Videos, das waren, glaube ich, sechs oder sieben Stück, bereits schon mal einzeln besprochen haben. Ich habe dir meine gesamte Playlist zu Jurassic Park 3 mal da oben im Infofeld verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken und dir alles Mögliche rauspicken. Und ihr könnt mir auch sehr gerne über Instagram noch weitere meiner Videos schicken, wenn ihr eben sagt, okay, Tobi, pass mal auf, du hast hier das und das gesagt, ich habe jetzt hier aber einen offiziellen Link mit offiziellen Angaben oder Aussagen, Interviews, was auch immer. Kannst du das Video vielleicht nochmal neu machen und korrigieren, dann mache ich das sehr gerne. Das machen wir jetzt nämlich auch hier, wir reden jetzt hier über den Spinosaurus nochmal an sich und ein paar Ungereimtheiten, die du noch nicht wusstest und die wir jetzt hier besprechen werden. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, eine der bekanntesten Ungereimtheiten und eine Antwort dazu, die zu unfassbar vielen Diskussionen führen, auch gerade in den Kommentaren unter den gesamten Jurassic Park 3 Videos, ist die Frage, warum ist der Spinosaurus jetzt eigentlich so aggressiv im Film und einige sagen, naja, da war halt ein Baby Spinosaurus gewesen, den haben wir nun nicht gesehen, der wurde aber von Cooper erschossen und deswegen hat Cooper auch so eine Wunde am Arm, weil der Spinosaurus Cooper nämlich vorher angegriffen hat und deswegen hat dann eben Cooper auf den Spinosaurus geschossen und der erwachsene Spinosaurus hat das dann beobachtet und deswegen hat er die Menschen über die gesamte Insel verfolgt und dann sagen wieder andere, nee, ist doch Bullshit, das ist, ähm, das Amalgam-Testing ist daran schuld, dass der Spinosaurus so aggressiv ist und die Menschen verfolgt und dann fragen sich die beiden gegenüber nach der Quelle und dann schicken sich beide meine Videos als Quellen zu. Hoppla, das widerspricht sich so ein bisschen und tatsächlich, ich hab's vielleicht nicht richtig rübergebracht oder hab ich's vielleicht doch einfach nie gegenübergestellt, was denn jetzt offiziell im Kanon tatsächlich Fakt ist. Die ganze Nummer mit dem Baby Spinosaurus müssen wir ein bisschen stiefmütterlicher behandeln. Das war eine ursprüngliche Idee gewesen. Es gab ein Interview mit dem Regisseur, in welchem er gesagt hat, dass eine Ursprungsidee, quasi während sie das Drehbuch noch geschrieben haben, das war noch nicht mal zu Ende geschrieben, die ist damals gewesen, dass Cooper beim Inspizieren der Insel, während sie am Anfang da ihre Wachposten einnehmen, dass Cooper da in das Nest eines Baby Spinosaurus fällt und sich dem eben nähert. Dann greift der Baby Spinosaurus auf einmal Cooper an, verwundet ihn schwer am Arm und daraufhin erschießt Cooper diesen Baby Spinosaurus tatsächlich einfach. Naja, die Szene hat's weder ins fertige Drehbuch geschafft, noch hat es die Szene später in den Film geschafft, logischerweise. Dann ist eben aber die Frage, warum taucht Cooper später mit dieser Wunde am Arm auf? Und tatsächlich war das so ein bisschen ein Gedankenfehler selber, also ein Gedankenfehler des Regisseurs, denn er meinte, dass diese Szene tatsächlich darauf aufbauen soll, dass Cooper am Arm vom Baby Spinosaurus verletzt wurde. Dass diese Szene allerdings überhaupt nicht für den Film geplant war, das wusste er im Endeffekt gar nicht. Wo ich mir denke, als Regisseur, hast du da nicht irgendwie ein bisschen was mitzureden? Also ich würde wirklich, ich würde mich so freuen, wenn es irgendwann mal eine Dokumentation geben würde, die genau beschreibt, was bei Jurassic Park 3 damals passiert ist. Das ist wieder so zusammenhangslos, genauso wie die Frage, warum hat man die Szene eigentlich nicht wirklich verfilmt? Und die Aussage vom Regisseur selber ist darauf hingewesen, weil der Film sonst zu lang geworden wäre. Und ich denke mir, naja, das ist der kürzeste Film der gesamten Jurassic-Reihe. Da stimmen also so ein paar Sachen nicht wirklich. Also ja, Cooper rennt aus dem Wald raus mit der Wunde am Arm, weil man gedacht hat, okay, die Baby Spinosaurus-Szene, die wird noch gedreht. Und es gab nicht mal einen Prop für den Baby Spinosaurus. Also ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, dass das noch gedreht wird. Das ist ganz, ganz seltsam alles. Wie man diesen Arm jetzt offiziell im Kanon erklären kann, keine Ahnung. Das müssen wir uns jetzt ausdenken, dass Cooper eventuell beim Wegrennen vor dem großen Spinosaurus hingefallen ist und dass er sich den gesamten Arm zerschrammt hat. Die offizielle Antwort aktuell, wie es im Kanon wirklich noch so steht, ich sage noch so steht, wer weiß, dass das Jurassic-Universum ist sehr wandelbar, ist, dass der Spinosaurus aufgrund einer Gen-Manipulation durch das Amalgam-Testing so aggressiv geworden ist. Das Amalgam-Testing ist quasi die Vorstufe zum Entwickeln der Hybriden, in welche man bestimmte Eigenschaften von anderen Tieren in Dinosaurier eingepflanzt hat. Unter anderem ist das Amalgam-Testing auch dafür verantwortlich, dass die Velociraptoren in Jurassic Park 3 intelligenter sind als die aus Jurassic Park 2 und auch anders aussehen und das obwohl Jurassic Park 3 und 2 auf derselben Insel spielen. Dr. Henry Wu hat das Amalgam-Testing zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 veranlasst und zwar nach dem Harry, Ken, Clarissa. Die haben sich dann quasi, nachdem die Insel verlassen war, auf die restlichen, noch nicht zerstörten wissenschaftlichen Instrumente gestürzt und haben dann eben mit der Forschung begonnen. Was genau im Spinosaurus aber alles drinsteckt, dass er so aggressiv geworden ist, das wurde auch nie bekannt gegeben, allerdings wurde gesagt, ja, das Amalgam-Testing ist dafür verantwortlich, dass das Tier so aggressiv ist und eben auch so stark ist wie im Film. Damit geht man darauf ein, dass auch viele Fans gesagt haben, der Spinosaurus dürfte den T-Rex eigentlich gar nicht besiegen. Ey, Zauberantwort, Amalgam-Testing, das hören wir dann irgendwann auch noch ein bisschen öfter. Und nein, das Amalgam-Testing war nicht von Anfang an geplant gewesen. Der Spinosaurus hatte ursprünglich eigentlich keinen wirklichen Grund, warum er die Menschen jagt. Wie gesagt, Baby-Spinosaurus gab es nie, das wurde nicht mal im Drehbuch erwähnt. Also das ganze Amalgam-Testing-Ding wurde danach erst hinzugedichtet. Wenn ihr das Ganze mal nachlesen wollt, habe ich euch den Link zum Amalgam-Testing mal unten in der Beschreibung reingesetzt. Ebenfalls findet ihr aber auch ein Video dazu auf meinem Kanal unter dem Namen, ich glaube sogar Amalgam-Testing heißt das Ding einfach. Anna und Kaidu was Amalgam-Testing. Ich habe es auf jeden Fall in die Jurassic Park 3-Playlist reingepackt. Da könnt ihr es eben auch einfach euch mal anhören. Im Endeffekt rede ich da auch nur über das, was ihr dann hier in der Beschreibung auch selber über diesen Link lesen könnt. Damit haben wir also jetzt die ersten beiden Fragen beantwortet. Warum ist der Spinosaurus so aggressiv? Und wie hat sich Koopa am Arm verletzt? Wenn wir dann nochmal ein bisschen weiterschauen über die ganze Nummer, gab es dann auch noch Fragen wie, kann es sein, dass der Spinosaurus zu Beginn von Jurassic Park 3 die Crew auf dem Boot gefressen hat? Und auch hier gibt es eine ganz klare Antwort. Nein. Die Antwort, die ich euch jetzt erzähle, die ist so nicht im Film gewesen später. Allerdings wird die immer noch offiziell als Kanon gesehen. Allerdings wurde dieser Kanon auch nicht direkt zum Release von Jurassic Park 3 irgendwie dazu gedichtet. Diese ganzen hinzugeschriebenen kanonischen Fakten, die kamen glaube ich wirklich erst mit Jurassic World 1 so nach und nach raus, wo man dann versucht hat, so ein paar Logiklücken noch zu stopfen, gerade eben was Jurassic Park 3 angeht. Auf jeden Fall sollten wir ursprünglich in Jurassic Park 3 die Szene sehen, die wir auch am Anfang vom Film gesehen haben, wie dann die Crew quasi aus dem Nichts verschwindet und das Boot komplett zerflettert ist und überall Blut rumfliegt. Und wir sollten uns eigentlich fragen, was das denn gewesen sein könnte. Also was könnten das denn wirklich für Tiere gewesen sein? Eine Szene, die aus dem Film geschnitten wurde, sollte ganz am Ende noch einmal ansetzen, wo wir sehen, wie der eine Typ mit dem Megafon am Strand auftaucht und dann eben nach den Überlebenden oder hoffentlich Überlebenden sucht. Und ursprünglich sollte Dr. Alan Grant dann kurz vor Schluss des Films am Rand des Strandes noch ein Boot finden. Auf diesem Boot hätte er seltsame Klumpen entdeckt. Und ja, dieses Boot wäre genau dasselbe Boot gewesen, wie das vom Anfang des Films. Grant hätte daraufhin einen dieser Brocken vom Boot genommen, hätte das Ganze so in der Hand zerrieben und hätte sich dann erst einmal bedeutungsschwanger nach hinten umgeschaut. Er würde in den Dschungel zurückgucken und einfach nur schreien, lauft, sie sind in den Bäumen. Kurz danach sollte eine ganze Gruppe von Pteranodon aus den Bäumen herausschießen und es sollte eigentlich noch einen kurzen Kampf geben mit den Helikoptern, die eben am Strand waren und mit den Soldaten, die diese Tiere abgeschossen hätten. Und damit sollten wir eigentlich die Bestätigung haben, dass hier die Pteranodon, naja, für den Tod der Crew auf dem Boot verantwortlich gewesen wären. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, das heißt also dann, die gesamte Szene mit dem Vogelkäfig wäre nicht im Film gewesen, sehr wahrscheinlich doch. Und dann fragt man sich wieder, wie sind die aber dann da rausgekommen? Denn der Vogelkäfig wurde ja erst geöffnet, nachdem das Boot gefressen wurde. Und tatsächlich stimmt das, die Pteranodon aus dem Vogelkäfig, die kamen erst in Jurassic Park 3, in der Mitte des Films circa, oder gegen Ende des Films, aus dem Vogelkäfig raus. Allerdings haben wir in The Lost World Jurassic Park 2 ebenfalls Pteranodon frei herumfliegen gesehen. Das heißt, die Tiere waren bereits in Freiheit gewesen und das könnten eben die hier gewesen sein. Auf jeden Fall ist das sogar noch im Kanon mit verankert, dass die Pteranodon die Crew am Anfang gefressen haben und eben nicht der Spinosaurus. Warum konnte der Spinosaurus den Zaun in Jurassic Park 3 einfach so durchbrechen, obwohl er dann später durch diese kleine Tür, wo sich dann unsere Helden in Sicherheit bringen wollten, nicht mehr durchgekommen ist? Und die Antwort hierauf ist eigentlich auch relativ simpel. Und tatsächlich gab es hier auch schon durch offizielle Konzeptzeichnungen den Hinweis, zumindest warum der Spinosaurus es geschafft hat, durch den Zaun hindurchzukommen. Dieser sei nämlich laut Konzeptzeichnungen morsch gewesen. Ein Text zu der Szene aus dem offiziellen Roman zu Jurassic Park 3 beschreibt ebenfalls, wie extrem morsch und instabil diese gesamten Zäune gewesen sind. Und ja, tatsächlich wird eben hier drin auch beschrieben, dass der Spinosaurus den morschen Zaun durchbrochen hat. Und das ist dann eben die Antwort. Ja, diese gesamte Anlage ist eben langsam im Verfall. Warum allerdings kann dann der Spinosaurus später nicht mehr durch diese Tür hindurch rennen? Also auf der einen Seite müssen wir einmal festhalten, dass der Spinosaurus eigentlich viel zu schnell ist, dass die Leute noch genug Zeit haben, diese ganzen Riegel davor zu schieben. Das hätte eigentlich nicht klappen sollen. Das kann man als Filmfehler dastehen lassen. Vielleicht ist der Spino aber vorher noch mal kurz hingefallen oder ähnliches. Auf jeden Fall ja. Aber was ist denn mit der Tür an sich? Können solche Riegel ein so gewaltiges Monster denn wirklich aufhalten, obwohl der kurz vorher durch die gesamte Zaunanlage durchgebrochen ist? Und die Antwort hierauf ist tatsächlich, ja, das geht im Endeffekt schon. Ein US-amerikanischer YouTuber hat sich die Szene mal ein bisschen genauer vorgenommen, um eben herauszufinden, okay, inwiefern passt das jetzt hier mit der Physik zusammen? Und ich meine auch, dass sogar einer von euch unter meinem älteren Video, wie gesagt, alles in der Playlist mit drin, da hat mir einer von euch auch drunter geschrieben, dass er oder sie sogar Maschinenbau studiert und dass das sogar irgendwie erklärbar und logisch wäre. Und das Beispiel wäre ungefähr so, wie wenn ich versuchen würde, mit dem Finger durch ein DIN A4-Blatt durchzustechen und das gleiche dann aber noch mal Versuche mit einem wesentlich kleineren Blatt, quasi einem DIN A4-Blatt, was wirklich sechs, sieben Mal geknickt ist. Das wäre dann ebenfalls sehr viel stabiler. Ebenso könnte man auch im Film sehen, dass die gesamten Vorkehrungen, die quasi getroffen werden müssen, also die gesamten Verriegelungen, die waren innerhalb dieser Hütte gewesen. Und obwohl die Fenster an der Seite kaputt gewesen sind, wären hier die Wetterverhältnisse nicht ganz so extrem wie natürlich draußen gewesen. Denn trotz allem war ja ein Dach drüber gewesen. Das heißt, diese Tür war dem Regen nicht ganz so krass ausgesetzt. Und da ist man auf jeden Fall sehr stark, sowohl die eine Person von euch, als aber auch der eine YouTuber, sehr stark so in die Materie reingegangen, wo ich ganz klar sagen kann, ey, da hat man sich im späteren Film niemals im Leben Gedanken drüber gemacht, dass das genau der Grund dafür wäre. Im Endeffekt kann man sagen, die Szene ist eben einfach nur dafür da, dass es irgendwie knapp wirkt, dass der Zuschauer sich eben denkt, oh mein Gott, schaffen sie es noch? Und dann eben das tiefe Durchatmen, sie haben es geschafft. Trotz allem kann man auch sagen, ja, das ist dennoch logisch und machbar. Wie gesagt, der Zaun ist laut diesem Roman morsch gewesen und die Tür an sich war eben noch nicht so fragil und eben so kaputt gewesen. Und wahrscheinlich aus einem anderen Material wesentlich sicherer. Und deswegen kam der Spinosaurus dann dort ebenfalls nicht durch. Wie kann es sein, dass der T-Rex den Spinosaurus am Genick packt und es aber nicht schafft, das Genick zu durchbrechen? Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und die Antwort hierbei könnte sein, das Amalgam-Testing, denn durch das Amalgam-Testing wurden unter anderem ebenfalls auch Knochenskelette, wie zum Beispiel das von Dominus Rex, verhärtet, um dieses unnatürliche Gewicht auf den Knochen tragen zu können. Da der Spinosaurus im Jurassic Park 3 Film auch, naja, wesentlich stärker, wesentlich kräftiger ist, könnte man das damit erklären. Wie gesagt, das Amalgam-Testing, das flackert inzwischen immer wieder mal so auf als Allzweck-Lösung für alles. Aber das wäre im Endeffekt das gesamte Mysterium rund um den Spinosaurus gewesen. Bis auf eine einzige Sache noch. Eine ganz wichtige Frage, die auch immer wieder vorkommt. Ist der Spinosaurus ein Hybrid? Nein. Also in der Definition von Jurassic Park ist er das eben nicht. Denn als Hybride werden in der Welt von Jurassic lediglich Dinosaurier benannt, die eben aus weiteren Dinosaurier-Komponenten bestehen. Das heißt, zum Beispiel der Indominus Rex besteht ja auch aus Oktopus zum Teil. Das macht ihn doch nicht zum Hybriden. Die Raptor-DNS und die T-Rex-DNS und die Fab-Giganotosaurus, die machen ihn erst zum Hybriden. Das heißt, auch der T-Rex ist kein Hybride, nur weil er eben noch Frosch-DNS in sich hatte. Ein T-Rex wäre erst dann ein Hybrid gewesen, wenn er noch Raptor-DNS hätte und ihm dadurch dann irgendwie noch zwei riesige Krallen gewachsen wären. Was eine ziemlich coole Sache wäre. Aber deswegen, nein, der Spinosaurus zählt in der Welt von Jurassic nicht als Hybrid. Okay, ich hoffe, ich konnte dieses Video nochmal aufleben lassen beziehungsweise nochmal ganz schön knackig sechs Videos hier zusammenfügen. Und wie gesagt, wenn ihr halt noch Fragen dann dazu habt, ich werde gucken, ob es sich lohnt, dazu nochmal ein neues Video zu machen. Schlimmstenfalls sage ich euch eben einfach, nee, passt mal auf, guckt mal da rein. Da gibt es schon ein Video dann dazu, aber schreibt mir das ganz gerne einfach mal. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von so Videos haltet, wenn ich vielleicht hier und da nochmal bestimmte Dinge erneuere, also auf den neuesten Stand bringe oder eben auch nochmal zusammenfasse und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht auch hier und da nochmal machen können, wenn sich das Ganze aber auch dann wirklich lohnt. In diesem Sinne bin ich für heute raus, ihr Lieben, mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.